Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Das sind die Überreste der Zwischenwand BA22, die provisorisch diese Stahlträger drin hatte, solange noch BA21 nicht ausgehoben wurde. Ein Blick auf K7 ist jetzt hier nicht so toll. Rechts war B1 und links K7 und dazwischen die Lücke ist dann D4, Schwindgasse. Und hier haben wir auch noch was aus BA22 und wer weiß, was das mal war, der schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich bin sicher, ihr habt es sofort erkannt. Hier haben wir eine kleine Recyclinganlage, also große Betonplätze werden zu Schotter, klein gemacht. Blick auf B2 beim Zielaufgang, schauen wir uns vielleicht von drüben auch noch an. Vorher aber noch ein Blick auf BA21 und man sieht, dass man nichts mehr sieht. da blöds. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vorher noch ein bisschen rein zoomen auf D3. D3. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Noch mal ein Blick auf K7 aus dieser Position und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tja, das ist offensichtlich K8. Tja, das ist offensichtlich K8.